Alle guten Dinge sind drei. Nein, doch nicht so ganz. Alle guten Dinge sind nämlich vier. Das dachte sich auch Apple und brachte schon die vierte Version des iPhones auf den Markt. Nun, endlich ist das iPhone 4 auch bei uns in Österreich erhältlich und T-Mobile auf der Kärntner Straße hat sich dazu eine ganz besondere Aktion ausgedacht. Warum hier um Mitternacht, mitten im Regen, hunderte Leute vor diesem T-Mobile Shop warten, das zeige ich euch jetzt. So, wir stehen hier mitten im Regen, am Ende der Schlange vorm T-Mobile Store. Warum sind Sie heute hier und stellen sich an? Frage ich mich auch, ja. Nein, es ist für meinen Sohn und ja, es tut mir nicht alles für ein Kind. Wie lange denken Sie, stehen Sie noch hier? Ich habe es gesehen, es sind noch circa 100 Meter bis ganz nach vorn. Schauen wir mal. Ich habe mal frei, also mir ist es egal. Okay, das heißt, Sie machen die Nacht quasi durch und holen sich um 6 Uhr in der Früh das iPhone 4. Ja, wenn es es noch gibt, schon, ja. Und was haben Sie für ein Kontingent an iPhones hier jetzt im Shop? Werden alle Leute, die jetzt da draußen im Regen stehen und warten, glücklich? Bekommt jeder ein iPhone? Ich würde mich wünschen, dass jeder, der jetzt im Regen draußen steht, auch ein Affonken kaufen kann. Ob das wirklich passt, werden wir vielleicht in ein paar Stunden sehen. 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Du hast seit wie lange vor dem T-Mobile Shop gestanden und bist jetzt der Erste, der das iPhone in Händen hält? Jetzt sind es 14,5 Stunden. Was hast du gemacht in der Zeit? Ich wollte lesen, Videos schauen, so Doku machen, aber es hat alles nicht funktioniert, ich habe mich nicht konzentrieren können. Ganz ehrlich, was ist, wenn man aufs Klo muss? Wir haben uns das ausgemacht, es ist einfach gegangen, Platz freigehalten, hat funktioniert. Aha, okay. Und wie fühlt sich das jetzt dann an, der Erste, der das iPhone 4 hat? Kribbelig, also 0,7. Super. Der nächtliche Vorverkaufsstart des iPhone 4 im T-Mobile Shop war ein Riesenerfolg. Und mein Fazit dazu kann nur sein, Ladies and Gentlemen, switch your old mobile phones off and turn your new iPhone on.